Der Skarabeus ist tot. Aber sein Traum, diese großartige Stadt in der Wüste, lebt weiter. Was haben wir denn da? Ja. Hier, lass mich dir helfen. Was? Hältst du mich für hilflos? Ich bin überrascht, dass eine Frau in deinem Zustand so hart arbeitet. Die Ankunft eines Kindes ist ein Segen. Ach, ich bin kein Zimperlischen. Oh, tut dir etwas weh? Mein kleines Böhnchen macht sich nur etwas bemerkbar. Meine Arbeiter sind zu lahm. Ich muss da hin und sie antreiben. Lass mich in ihr Bett. Okay. Dann finden wir mal die Arbeiter und treiben sie ein bisschen an. Die sind irgendwo da hinten. Moment mal. Zeno! Wo sind die Arbeiter? Sie bauen hier irgendwo, ne? Machen bestimmt hier irgendwo Pause. 100 Pro. Da! Entschuldigung. Die Flacken gefallen mir nicht. Komisch. Hier ist alles leer. Was ist denn los? Was ist denn los? Der Tunnel ist eingestürzt. Baba und Ipui sind noch da drin. Wie kann ich helfen? Bist du stark genug, um den Weg frei zu räumen? Vielleicht kannst du sie rausholen. Bitte, Neb. Es sind meine Brüder. Warte hier. Ich tue, was ich kann. Hä? Warum sind sie denn überhaupt hier rein? Da werde ich wohl durchbrechen müssen. Hey. Hey du. Bist du verletzt? Ja, hab mir den Knöchel verstaucht. Mein Bruder Baba arbeitete weiter hinten. Der Tunnel ist eingestürzt. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich hol dich erstmal raus. Dann suche ich ihn. Vorsicht. Ich glaube, ich habe ein Zischen gehört. Oh oh. Mit denen hatte ich vorher schon zu tun. Komm her. Ja. Dein Bruder. So. Ipui. Jetzt kann ich mich um ihn kümmern. Du musst zurückgehen und Baba finden. Schnell. Er ist vielleicht verletzt oder Schlimmeres. Kümmer dich um ihn. Ich werde deinen Bruder finden. Danke, Nepp. Schauen wir mal da drinnen. Er ist verschüttet worden. Fakkel auspacken. Fakkel auspacken. Sieht hier ja fast nichts. Hey Baba. Wo bist du? Hallo? Friede, Wadjet. Oh fuck. Verzeih, dass ich deine Grünen tötete. Es gab keinen anderen Weg. Eine verdammte Schlange. Gut. Hä? Moment, Baba. Das ist doch... Bist du verletzt? Nein. Ich konnte mich vor dem Einsturz gerade noch hier reinzwängen. Ich hatte keine Ahnung davon. Wir wollten eigentlich den Fluss erreichen. Das ist sehr wahrscheinlich Teil des alten Tempels. Brauchst du Hilfe, um herauszukommen? Es geht mir gut. Ich gehe zurück zu meinen Brüdern und ruhe mich aus. Was ist das hier bitte? Mein Position, Gere. Das habe ich schon rausgefunden, was das ist. Schon bevor ich diese Brüder retten musste. Oh, wie schade. Jetzt habe ich echt gedacht, ich habe etwas voll Verstecktes gefunden vorher. Und jetzt? Ist es gar nichts Verstecktes. Egal. Bringen wir die Brüder wieder zusammen und sagen, dass sie gute Arbeit geleistet haben. Komm schon. Hä? Hä? Dein Bruder ist auch wieder da. Oder auch nicht. Hallo? Wo bleibt er denn? Hey! Komm schon. Also gut, der bleibt anscheinend da drinnen. Okay. Dann melde ich mal deiner Herrin, dass alles okay ist, dass ich euch gerettet habe. Warte mal, da gehe ich ja hier rein. Das geht, glaube ich, schneller. Ja, ja. Ja, ja. Alles klar. Vorarbeiterin, der Tunnel ist teilweise eingestürzt. Aber ich konnte den Arbeitern helfen. Mein kleines Böhnchen und ich sind froh, dass du noch rechtzeitig vorbeigekommen bist. Mögen die Götter dich tausendfach für deine Mühen segnen. Pass gut auf dich auf. Und mögen die Götter dein Böhnchen segnen. Dein Böhnchen. Okay, alles klar. Äh, wir machen auch ganz kurz hier diese Schnellreise und dann machen wir die nächste Quest. Und dann äh, schauen wir uns noch ein paar Sachen hier an, die wir noch freispielen müssen. Aber nicht vom Skarabeus-Feld. Der Skarabeus war jetzt hier das ganze Feld hier alles. Dann würde ich hier noch die paar Fragezeichen holen. Aber als erstes kletter ich ab, ab, hier hoch. Verdammt. Sehr schön. Ja. Geschafft. Synchronisiert. Sehr schön. Und abwärts. Gut. Das hätten wir auch. Und dann machen wir die Quest. Willkommen. Willkommen in Letopolis. Letzter Traum des verstorbenen Taharqa. Haha. Willkommen, Freund. Ein neues Leben erwartet dich in Letopolis, der Stadt des Horus. Komm, finde deinen Weg und geh mit uns in ein neues Zeitalter. Komm, Neb. Bist du bereit zu arbeiten, um dich zu befreien? Mach mit und verdiene dir ein Haus als Belohnung. Hört sich gut an. Willkommen, Neb. Willkommen. Willkommen in Letopolis. Ich vergesse nie ein Gesicht, aber deins habe ich noch nicht gesehen. Du hast es. Dein neues Heim. Ein Wunder menschlicher Arbeitskraft. Das große Werk beginnt. Nein, das ist nicht wahr. Du weißt es nur noch nicht. Wir geben jedem Neuankömmling ein Haus. Grab es aus und hilf bei den Bauarbeiten. Ein neuer Anfang. Ich bin nicht hier, um im Sand zu leben. Sprich mit einem unserer neuen Einwohner. Wie Nehi. Er weiß, wie befreiend es ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ich kann sie nicht abstreifen, wie eine Schlange ihrer Haut. Ist es wahr, dass jeden Tag vergessene Geheimnisse entdeckt werden? Aber wir könnten ja trotzdem mal mit ihm reden, ne? Ach, wir finden hier viele verlorene Werke und Fragmente der alten Welt. Vielleicht kann er uns trotzdem einiges erzählen. Kufo und Kiera sind weg. Äh. Wer sind die? Meine geliebten Ochsen. Hilfst du mir, meinen Karren zu holen? Du weinst wegen Ochsen? Ha! Verpiss dich! Äh. Bei den Göttern. Was soll ich denn nur tun? Frieden, mein Freund. Was ist geschehen? Die Götter haben mich verflucht. Ich verlor meinen Hof. Und meine Frau an meinem Bruder Mijamu. Und jetzt habe ich auch meinen letzten Besitz verloren. Mein Wagen blieb in einem Graben weit vor der Stadt stecken. Als die Nacht hereinbrach, hörte ich schreckliches Gebrüll. Ich ließ sie einfach zurück. Meine armen Ochsen. Alles, was ich noch hatte. Was... was soll ich nur tun? Gebrüll? Es gibt keine großen Raubtiere hier. Ich bin trotzdem lieber geflogen. Sie waren die letzten Geschenke meines Vaters. Kufo und Kiera. Und... und ich habe sie dort gelassen. Mit all meinem Besitz. Wenn ich dort entlangkomme, werde ich sehen, was ich finde. Und jetzt arbeite du erst mal an deinem Haus. Wie? Vielen Dank. Mein Haus kannst du zu rechten vom Tempeleingang finden. Mögest du auf den Schwingen des Horus fliegen. Okay. Finde die Karren. Okay, der ist ganz da hinten. Da müssen wir quer durch die Wüste. So wie es aussieht. Warum machen wir eigentlich immer solche Aufgaben gut? Wir sind ein Magi, aber... Ja. Die Zeit der Pharaonen und... So ist vorbei. Seh du! Da ist der Karren, ja? Okay. Nein, ich laufe lieber. Nein, ich laufe lieber. Nein! Nein, ich laufe lieber. Ich habe jetzt keine Zeit mit dir zu... ...reiten. Nein! Ich bin gleich da. Ich sagte, ich laufe lieber. Bleib jetzt hier stehen. Ja, ja. Da ist ja der Karren. Ganz ruhig. Lasst mal sehen, wie ihr euch verfangen habt. Oh, oh, oh. Wow! Was soll das denn? Ein Löwe! Du hast noch ein Löwe! Verdammte Bandi! Verschwindet! Verschwindet, du hässlicher Löwe! Ja! Na auch! Ja! Da! Noch einer! Scheiße! Nimm das! Verfluchter Scheißlöwe! Ja! Ja! Da! Ja, da! Komm her! Ach! Schluss mit lustig! Ja! Ja! Ich bin im Blutrausch! Ja! So! Verdammte Bandi! Echt! Ah, das Gift wirkt endlich wahr! Okay, bringen wir euch wieder zu eurem Herr und Meister! Aber warte mal! Aber warte mal! Vielleicht gibt's hier noch ein paar Schätze! Es sieht hier so ein bisschen versteckt aus! Was sind wir denn da? Ha! Ich wusste es! Was war's? Okay! Aufsitzen! Na dann los! Gut, dass ich noch euch gesucht habe! Ich fürchte, Nehi wäre sonst tot und mir wird jetzt Löwenfutter! Hm! Hm-hm! Hm-hm! ...dressiert haben! Kogisch. Okay. Äh. Was? Ja, ich hab doch den Karren zu ihm gebracht. Achso. Ein Stück weit davor. Hey! Na? Guck mal, wer wieder da ist. Bayek! Du hast Kufu und Keera gefunden. Dann kann ich ja heute vor Freude weinen. Sieh nur, wie viel du geschafft hast, seit ich gegangen bin. Ich habe etwas Seltsames im Haus gefunden. Es bewegt meine Neugier und gleichzeitig jagt es mir Angst ein. Kannst du mal nachsehen? Zeig mal.